. 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 heiß ist, dann habe ich das Fenster immer zu. Das soll man tatsächlich auch haben. Was denn? Das Fenster zu haben, wenn es heiß ist. Wenn die jetzt nicht reinkommen. Ja. Ich gehöre. Ohohohoho. Ich bin ein richtig guter Doomfest. Ich bin gerade eine richtig gute Moira, Alter. Die kriegen wir nicht. Ey, macht die Träume doch nicht weg. Wer ist das oben am Dach? Gewinner stehen auf der Playload, Junge. Guck mal, Quickies. Quickies können wir. Quickies, das ist unser Ding. Rest mich, Mercy. Hallo? Hat die keine Mercy? Genji, ihr werdet jetzt alle sterben. Sag ich doch. Auch du Doomfus. Auch du Doomfus. Hi Mercy. Was ist das so? Heil Mercy? Heil Mercy, habe ich gesagt. Heil Mercy. Schön, Herr Mercy. Wieso bin ich schon wieder alleine hier? Ja, ja, ja. Komm, schön mal. Sie müssen mich nicht kriegen, Alter. Oh, wenn, 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 wenn. Zaya ihre Ulti mal. Nein, Tracer. Oh, nach fünf Jahren haben sie mich mal gekriegt. Löffel hat ihre Ulti gemacht. Oh, Tracer hat gerade ein Play of the Game gemacht. Die Mercy schießt in die Bases an. So, das ist so. Aua. Was ist hier los, Leute? Kann die Zaya ihre Ulti mal machen? Ja, mach doch. Nee, die Zaya soll mal machen. Ja, die Zaya. Dann kann ich meine Ulti auch machen. Alter, könnt ihr den Genji einfach mal killen? Das ist ja unglaublich. Ich krieg die nicht down. Oh, endlich. Nein! Ha! Irgendwie macht gefühlt nur ich Kills. Und du vielleicht. Du hast drei. Du hast drei. Welche Medaille hast du? Ich habe eine Bronze, ich habe zehn. Ja. Gold Damage und Ziel-Voll-Shit-Kills habe ich auch. Objektiv-Tarn. Nice. Tracer ist aufs Recht. Jetzt! Und dann ist nur einer drin, weißt du? Ich heil aber auch gar nicht, muss ich gerade gestehen. Los, yo. Hey, Lord. Kann meinem Laser nicht entkommen. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Blufist mit seiner kleinen Faust haut. Verstehst du da noch nicht? Blufist kriegt nach dem Patch mehr Schild, wenn er kommen muss noch. Und wann schlägt er mit seiner großen Faust in Milianius? Weiß nicht. Ich würde mich persönlich um die Fracht. Weiß nicht, verstehst du. Die Mercy-Voll. Genji versucht, meinen Laser zu reflektieren. Tracer ist hinter euch. Jetzt aber durchchargen. Wenn er mich kriegt. Okay, vier down. Hallo. Mein Ultimate ist Charging. Tracer und Genji sind durch. Alter, ich hab Schiff gedrückt. Top-Notch-Doom-Fist. Right there. Was hast du? Top-Notch-Doom-Fist. 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 Not again. Not again. Geht'schiff gericht. Auf der Tracer. Loll, angeheftet an mir Oh, wir haben Pics, let's go Oh, wir will doch Seit wann haben sie denn den Reinhard eigentlich? Von der ganze Zeit, der hat mich schon dreimal gechartert oder so Schon wieder, er versucht's schon wieder Immer wenn ich einen Reinhard-Charge höre, kann ich an die Schiffe Als ob er den holt Lass ihn punishen Tötet ihn Halt dich Halt dich War die Mercy Haben die wie Dreiheiler oder so? Oh fuck, das war gut von Lucio Ich glaub tatsächlich, dass sie Dreiheiler haben Ja, haben sie Moira, Lucio, äh, Mercy Deswegen haben sie so viele Healer Oh Gott Rein, hat es sehr low Moira ist auch low Okay, cool Wir müssen einfach damage machen Das ist das Problem gerade Die haben Dreiheiler Die Fracht hat den Chatpoint erreicht Ah, ist auf Tracer Oh, nicht Nicht schon wieder Nice 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 Say of the game right there Ich drücke nur rechts weg Nevin Ist Nevin auch ein YouTuber? Oder warum? Mutter hat den Chat geschrieben Hey Nevin Ne, keine Ahnung Wer ist Nevin? Ja, nicht Meint er mich? Es gibt keinen Nevin Meint er mich? Nein, wegen Ne Der muss mich fein Es gibt keinen Nevin Wegen Ne Es gibt keinen anderen mit Ne Wird er sonst keinen Sinn machen, wenn er was anderes meint Oder? Wo bin ich nicht gerade Ne, gibt keinen anderen Ich bin down Die haben den Torbjörner noch erst halt gerade Wie kann der denn jetzt schon Mulden Core haben? Ich weiß es nicht Alles Cheater 40 Sekunden, da kann man noch was reißen Ja, bleibt alle in der Uhr Ja, Gott Was war da? Warum stammt die Hand da? Ich wusste nicht, dass die Ulti so schnell da kommt Das verlieren wir Wir haben Pick-Offs, wir haben Pick-Offs Die haben das noch nicht Die haben das noch weg Zur payload, zur payload Ich war heute payload Ach jetzt machst du Ulti, zu ja? Wo alle tot sind Ja Bisschen spinn Glaub nicht, dass wir das schaffen Wir haben auch Liebe Jetzt nicht mehr Jetzt haben wir Goldi Wir haben wir Goldi Keiner kann in die payload Nicht zu dir Das tut mir so ein bisschen leid, wenn ich ganz ehrlich bin Haben wir es eigentlich ganz gut gemacht Aber klar Ich hätte gerne das Mora Play of the Game gesehen, wo ich nur Rechtsklick halte und alle absnacke Oder an der Mercy Ja, nie an der Mercy Und sie flog da hin Wow Merry Christmas Zaya fand ich gar nicht gut Hat viel zu lange mit der Ulti rumgelaufen Und Fand ich, fand ich Meine Meinung jetzt, meine Meinung Drei Goldmedaillen Zwei Silber tatsächlich noch Eliminations, hab ich doch noch Silber gekriegt Und das als Doomfist Ich bin ein guter Doomfist Versprochen Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt Wir haben die gehasst In Nepal haben wir gehasst, ne? Du hast die gehasst Weil du Nepal nicht hasst, oder was? Nein, du, hier, äh, Ilios Achso, ja, ja Achillesferse und so Immer noch ein guter Joe Wieso eigentlich schon wieder die Map? Das ist ja Ich hab, das Problem ist, dass es so meine Achilles-Szenen-Map irgendwie Ach, nur weil es griechisch ist, oder was? Oh, da droppt der Witz auf relativ hohem Niveau Ich hab aufgenommen Ich hab aufgenommen Der Niveas, Freunde, der Niveas Ja, heute Da ist er Das ist der Starmer Wenn ich die Folge wiederfinden könnte Ich hab sie auf Facebook den Ausschnitt hochgeladen Kann man es immer? Ja, dann werde ich nochmal gucken Das ist meine Achillesferse Verstehst du? Oh, ich freu mich auf die Raps heute Abend Das wär gut mit was gefüllt Hack Big Mac Raps Gurke und Salat und Paprika Und Krims Du musst ein bisschen Ketchup mit Senf mischen Und dann schmeckt die Soße wie von Big Mac Und dann hast du Big Mac Raps, Alter Big Mac Raps Und dann mit Hack, oder was? Und ein bisschen Käse rein? Ja, klar Wenn du Käse habt Ja, wobei Schafskäse Nee, nee, nee Schafskäse 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 Oh Das hätte sein können Das hätte sein können War heute doch schon Für Schafskäse nochmal los Für Schafskäse gehe ich nochmal los Wir sind gerade in Griechenland Die kriegst du den Besten Hier, wenn du schon Elios bist Kannst du nochmal Fett da Wir haben wieder eine Mercy Weil Laura bei denen ist jetzt Laura war inbound Hallo Genji, ich bin schon wieder unten Ich musste mich echt zusammenreißen Nicht auf den Tisch zu hauen Oh, Tracer Wow, die Mercy bewegt sich nicht Nicht mal ein Stück Unter Lucy fightet damit der Zaya Wie viele sind down von uns? Doomfist steht da oben Auf jeden Fall Alle Wir sind gerade nur drei Gott sagen, danke Mercy hat ihre Ulti gemacht Tracer ist hinter mir Oh, ist das wieder so eine doofe Tracer Die uns in der Base abpasst, oder? Hab's nicht Oh, da vorne sind welche low Jetzt hab ich mich eingekriegt Hab doch Nefi, Nefi, Nefi Danke Lifesaver Die Zaya hat ihn noch geholt Und ich lebe noch Tracer ist wieder da Und die Mercy Okay Das war heftig Musste ich mich kurz konzentrieren Ich auch Ach der Hanso da Wo ist der Hanso? Hochgeflogen Was down I will be your shield Zaya ist low Richtig low Ah, Hanso schieß auf mich Hat sich cool zahlen Hinter dir Hinten Ja, ich musste dich erstmal in der Reichweite haben Da hinten ist wieder ein Hanso irgendwo Hanso ist da hinten Hat einen Headshot kassiert Er will mich holen An den meiner Mann Wo ist die Widow? Ich schieß da oben Zaya ist da vorne Zaya ist da oben noch Wir sind halt so weit nach vorne gelaufen Wir sind halt so weit nach vorne gelaufen Ab die Widow Aua Hanso geht weg Ich bin gleich da, ich bin gleich da Ah, er ist low Verlängerung Aber du bist steht in der Mace Okay, gut Schicken Drachen Überlebt Achso, ihr bist schon tot Ich bin schon tot, aber Lucio und D.Va sind noch da D.Va ist noch drauf Baby D.Va ist noch drauf Ich hitte da ganz viel, aber es passiert nichts Bist du auf dem Pong? Nein, ich habe reingehittet von hinten Ich bin die ganze Zeit down Sehr gut, Doomfist ist down Die D.Va ist noch drauf Ja, die ist eigentlich auch tot Danke Hanso, Hanso vorne Ist okay, schafft er nicht Das halte ich jetzt nicht kommen sehen Dass das noch so knapp wird auf dem Pong Am Ende hat die Gieber mit dir holt noch zur Kühlzone Jetzt wird gejamnt Ja And it's all your fault You should have picked You should have picked You should have picked Du willst mindestens zwei Kills sehen, die du mit dem Hook runterschubst Okay Ah, Standard Wenigstens zwei Ob sie Pharah haben Als ob sie Pharah haben Oh, Healing Hol sie mir selbst Mein Schild ist down Oh, Mercy is low hier Die D.Va Zaya ist low Die Zaya hat nix mehr an HP Lucio, du nicer Typ Lucio, du nicer Was hat er gemacht? Er hat sich von der D.Va Mech Ulti Calling Runterschubsen lassen Lucio, du nicer Lucio, du geiler Typ Du geiler Typ Das ist ja auch passiert Ich hab mich vom Boost runterschützen lassen Lucio Lucio Was vom Call Mech Oh mein Gott Der ist Soldier Der ist noch am wegrennen Das macht mich fertig Lass den doch rennen Nee, der rennt ja immer so weit weg Dass sie ihn noch treffen kann Theoretisch Und dann Kommen die anderen Die war noch ne Pharah Das könnte schlechtern Ich der einzige der an der Ulti jetzt gestorben ist da Doomfist Was ist Weeper immer noch da? Weeper kommt von unserem Throne aus We are Doomfist Nein Ich hab's auch Und der Cash Der Cash Der Revier Du bist jetzt echt überlebt? Crazy Boah, unser Torbjörn wechselt zu Junker Geiler Typ, ey Das ist ja nix, wenn man so viel Action ist Ah, du bist jetzt die Gebroxed, ey, scheiße Engie ist noch da Jetzt ist eigentlich nur noch Genji Oh, sehr gut Ich bin viel zu lange überlebt Aber wir kriegen noch ein paar Prozente Das ist am Punkt Achso Genji ist coming Oh, die Pharah ist wieder zurück Ich krieg dich doch nicht, ich krieg dich doch nicht Okay Jetzt Abfeuer erwischt Oh, einer ist geleast Von denen Von denen, ja Muss gehen Das hat er auch gesagt wahrscheinlich Mama ruft Jonas, essen Warum Jonas? Lucio ist hier Hinter dir Im Loch, oder? Nee Overtime, Overtime, Overtime Oh, ist denn keiner am Punkt? Rotog ist da Komm, 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 komm Ich hab meine Ulti Mach sie, wenn alle zusammen sind Damit alle Schild bekommen Rotog ist runtergefallen Wir müssen eigentlich zusammen uns Kombinieren Nein, bin ich nicht Spiel jetzt Was ist denn heute wieder los? So schlimm war es noch nie Nein, die Mercy Wrestling sind wieder Ach, sie hat den Genji gerestet Ich hab Genji erwischt Und Diva Und Pharah Ich hab Dust du Trevi nicht Der ist zu zappelig Dust du es drüben wieder Hab ihn gehitet Er ist low Okay, er kam nicht mehr runter Und dann hab ich ihm die Fresse poliert Und dann ins Gesicht Und dann hab ich ihm die Fresse poliert Bist du eigentlich der echte Nefio? Nein Nicht besser als ich letzte Runde Ich bin mir sicher Doch, es war ein Dreierkill Das ist ein Elfmeter oder Torwart gewesen oder was? Äh, übel, ne? Wenn man selbst Zoom verspielt, kriegt man solche Situationen nie Nee Aber guck mal hier Eigentlich sollt ihr daran sehen, wie gut der Hanso war Ob das der echt ist oder nicht Juh Genau das wollte ich erreichen Ziel erreicht Dieses tiefe Juh, ne? War doch noch die letzte Runde, Leute Tschüss Ciao 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 Ciao